Musik Wie bei den ganz großen Produzenten, die erste Klappe, die fällt. Hast du gut gemacht, danke Martin. Herzlich willkommen, sagen wir, zur ersten Ausgabe ihrer Winterzeit auf Montafon TV, Eintal macht Fernsehen. Hinter uns, Martin, die wunderschöne kleine Kirche am Eingang des Tales in Montafon in St. Anton. Ja, wir wollen natürlich nicht nur von hier berichten, von St. Anton, sondern vom ganzen Tal bis nach Patennen, also quer durch. Und immer wenn sich was tut, werden wir in Zukunft in der Winterzeit auch und auf Montafon TV von aktuellen Sport- oder Freizeitveranstaltungen berichten. Sie sollten es keinesfalls versäumen, denn Sie können bei uns auch jede Menge gewinnen. Und Martin, wir gehen mit Ihnen gemeinsam auch shoppen. Das wird schön. Aber natürlich haben wir auch tolle Ideen, denn Sie sollen uns in Erinnerung behalten. Und so eine gemeinsame Aktion haben wir unlängst mit der Bäckerei Schapler durchgeführt. Was gibt es feineres als um 6 Uhr in der Früh? Einen Kaffee. Man sagt ja hier beim Bäcker Schapler im Ort, das ist der beste Kaffee von Schrunz. Dazu natürlich das feine Gebäck. Wir haben viele in der Früh überrascht. Die gemeinsame Aktion von Montafon TV und der Bäckerei Schapler und wie das Ganze abgelaufen ist, das schauen wir uns erst an. Heftiges Treiben schon in aller Herrgottsfrühe in der Backstube von Schapler. Winterzeit heißt Vollstress für die Mitarbeiter und auch für Chef Hannes Schapler. Denn begonnen wird zum Teil bereits um 11 Uhr am Abend. Da muss jeder Handgriff passen. Der Arbeitsvorgang ist, dass der Mischer anfängt. Fangt mit dem Großbrot an. Stunden nach hin kommt der Rest von der Mannschaft, gibt gewisse Vorarbeiter und wird nachher abbacken. Es gilt eine große Menge an Backwaren zu produzieren. Stücke ungefähr, sagen wir mal Weihnachten oder Silvester, je nachdem ob wir Feiertag fallen und so weiter. Ich würde mal sagen, Semmel zwischen 6.000 und 8.000 und Klinbrot auch. Der Rest auch so 1.500 bis 2.000 und Großbrot, das ist jetzt wert zum Schätzchen. Aber den großen hat er 1.000 Stück. Viele im Tal genießen am Frühstückstisch das Brot und die feinen Backwaren von Schapler. Wir fahren also mehr oder weniger von Fondanz bis es geht. Sehr zur Freude, von vielen haben wir um Weihnachten am Bahnhof in Schrunz Schüler und Frühaufsteher beschenkt. Ab in die Schule, da kommt ein feines Croissant gerade recht. Ich bin der Leon. Der Leon und? Die Emily. Emily. Freust du dich auch für die Nächte? Ja. Meinst du, du kriegst du was? Ja. Wo kommt ihr herab? Wo kommt ihr jetzt herab? Sie geht in den Kindergarten, ich gehe in die Schule. Auch in der Mittelschule Schrunzdorf herrschte große Freude. Hallo bei Grunderfund.tv Musik. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020